Die beliebte Vox-Show Sing Meinen Song befindet sich schon in ihrer neunten Ausgabe. Auch dieses Mal gibt es alle Tausch-Songs der Sendung zu kaufen. Hier bekommst du die CD im Super Deluxe Digi-Pack. Es wird wieder frei interpretiert, was das Zeug hält. In der aktuellen und neunten Staffel von Sing Meinen Song, das Tauschkonzert, führt wie schon 2019 Johannes Ording als Gastgeber durch die beliebte Vox-Sendung. Popsänger Clueso, Floor Jansen, Frontfrau der Symphonik-Metal-Band Nightwish. Das Musiker-Duo SDP, Vincent Stein und DAG Alexis Coplin, Künstlerin Lotte, der internationale Pop, Zollsänger Calvin Jones sowie Musikerin und Songreiterin Elif sind diesmal dabei. Nicht nur im TV ist Sing Meinen Song ein Erfolg. Auch in den Charts positionieren sich die Alben zur Sendung regelmäßig ganz weit oben. 14 Alben sind bereits erschienen und erhielten 8-fachen Gold- und 6-fachen Platin-Status. Am 13. Mai 2022 kommt ein neues Album heraus, Sing Meinen Song, das Tauschkonzert Volume. 9. Und das sogar als Super Deluxe Digi-Pack mit den 42 Tausch-Songs und 7 Duetten auf insgesamt 3 CDs. Dazu gibt es ein aufwendig gestaltetes Booklet. Für Fans ein absolutes Muss, ab dem 26. April läuft Sing Meinen Sing, das Tauschkonzert, wieder zur Primitime auf Vox. Immer dienstags um 20 Uhr und 15 Minuten wird gesungen, was die Stimme hergibt, Emotionen an den Tag gelegt und die Entstehungsgeschichten der Lieder offengelegt. Ärgerlich, hat man dienstags andere Pläne, nicht wirklich. Denn wir leben im Jahr 2022 und die Vormachtstellung des linearen Fernsehens gehört der Vergangenheit an. Soll heißen, alle Folgen von Sing Meinen Song, das Tauschkonzert, sind 7 Tage nach Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos auf RTL und abrufbar sowie ab Folge 2 im Premium-Bereich bereits 7 Tage vor Ausstrahlung und 2 Jahre lang nach Ende der Staffel verfügbar. Soll heißen, alle Folgen von Sing Meinen Song, das Tauschkonzert, sind 8 Tage vor Ausstrahlung und 3 Jahre lang nach Ende der Staffel verfügbar.